In den letzten Videos bin ich auf die Verwendung von Container-Klassen, also zum Beispiel Array oder Vector, eingegangen. Und in diesen Beispielen habe ich auch gezeigt, wie man bestehende Klassen anwendet. Für die Entwicklung von Software reicht es aber nicht aus, nur auf bestehende Klassen zu setzen, sondern man muss auch eigene Klassen implementieren. Und darum geht es in einer ganzen Reihe von Videos, die mit diesem Video hier beginnt. Das Ganze möchte ich an einem einfachen Beispiel erklären, nämlich an dem Spiel Tic-Tac-Toe, dass ihr vielleicht auch als Drei gewinnt oder als Kreuz und Kreis kennt. Das Spiel wird also mit zwei Spielern gespielt. Der eine Spieler hat das Kreuz, der andere den Kreis. Und abwechselnd setzen die Spieler ihr Symbol in dieses Spielfeld hier, das aus neun Kästchen besteht, die in diesem Quadrat angeordnet sind. Und der Spieler, der als erstes seine drei Symbole in einer Reihe, einer Spalte oder Diagonal gesetzt hat, der hat gewonnen. So, das Spiel ist nicht besonders komplex. Wenn also jeder Spieler gut aufpasst, kann es eben auch einen Unentschieden geben. Dieses Spiel soll also hier programmiert werden. So, und hier seht ihr mal, wie das Ergebnis als Konsolenanwendung aussehen könnte. Das Spiel startet damit, dass zunächst die Spieler ihre Namen angeben. Und die einzelnen Felder des Spiels werden dann hier gezeichnet und dabei auch mit Nummern beschriftet. Die Eingabe machen die Spieler dann nacheinander, indem sie die Zahl des Feldes angeben, in das sie ihr Symbol setzen möchten. Nach jedem Spielzug wird dann geprüft, ob eventuell schon ein Spieler gewonnen hat. Und wenn dies der Fall ist, wird das Spiel beendet. So, die Aufgabenstellung ist klar, das Ziel ist auch klar, aber wie fängt man jetzt eigentlich an? Bevor ich jetzt direkt ins Programmieren einsteige, werde ich zunächst mal einen möglichen Lösungsansatz in Form eines Klassendiagramms entwickeln, das ihr jetzt hier seht. Diese Klasse PlaygroundModel soll die Daten halten, also speichern, welcher Spieler sein Symbol in welches Feld gesetzt hat. Das Spielfeld stelle ich hier als ein zweidimensionales Array dar, in dem Werte vom Typ FieldState abgelegt werden. Dieses FieldState ist ein einfacher Aufzählungsdatentyp, also eine Enumeration, die man hier in dieser Klasse sieht. Die Zustände können also sein, dass ein Feld leer ist oder dass Spieler 1 oder Spieler 2 hier ihr Symbol gesetzt haben und ein vierter Zustand beschreibt einen Zugriffsfehler. Um die Daten in das Spielfeld zu schreiben oder lesen zu können, bietet die Klasse PlaygroundModel ein paar Methoden an. MakeEntry ändert den Zustand eines Feldes, GetEntry gibt den Zustand eines Feldes zurück und ClearField löscht das gesamte Spielfeld wieder. PlaygroundView ist eine Klasse, die eigentlich nur den Zweck hat, die Daten, die hier in dem Modell stecken, auszugeben und dafür gibt es hier die Methode ShowField. Damit die Ausgabe weiß, was sie denn ausgeben soll, braucht diese Klasse Zugriff auf die Daten und das passiert hier durch einen Pointer auf das PlaygroundModel. So als drittes braucht man noch eine Klasse, die die Spieler abbildet und das ist die Klasse Player. Ein Spieler hat einen Namen, der mit der Methode GetName ausgelesen werden kann. Wichtig in der Klasse hier ist aber die Methode MakeMove, die also von einem Spieler abfragt, in welches Feld er oder sie den nächsten Zug machen möchte. Mit diesen drei Klassen sind also die wesentlichen Funktionalitäten abgebildet, die jetzt aber noch koordiniert werden müssen und das geschieht in der Klasse GameController. Die beinhaltet wiederum die Objekte der Klassen PlaygroundModel, Player und PlaygroundView und orchestriert den Spielablauf in der Methode StartGame. So die Spielregeln müssen natürlich eingehalten werden, das heißt es muss überprüft werden, ob und wann ein Spieler gewonnen hat und das wird in der Methode Check gemacht. Okay, damit steht also die statische Struktur der Software. Hätte man das auch anders lösen können? Na klar, zum Beispiel hätte man die Klassen GameController und PlaygroundView auch zusammenlegen können, sodass die Darstellung der Ausgabe auch durch den GameController bestimmt wird. Insgesamt ist das hier aber erstmal eine sinnvolle Aufteilung der Funktionalitäten der Software in Klassen und damit kann man jetzt auch wirklich in die Implementierung starten. Den ersten Schritt dazu seht ihr im nächsten Video, wo ich euch erkläre, wie man die Klasse FieldState implementiert.